yo leute was geht und herzlich willkommen heute in meinem neuen roblox video heute wenn wir dieses rainbow slide spielen und mein kleiner bruder ist auch hier ja sag mal hallo hallo das ist mein kleiner bruder und wir werden heute zusammen hier von einer achterauer rutschen wir werden eine runde rutschen und steigt schon mal ein und let's go so leute nicht vergessen like meinen kanal ich meinte abonniert meinen kanal und bleibt das video und aktiviert die glocke so als kodillas ja und noch ein backflip ich meinte nur ein so ein looping oh wir haben was mit rückwärts dazu gemacht voll krass darf ich reden? wieso sollst du denn nicht reden? du darfst natürlich reden du darfst so viel reden so wie du willst wieso fragst du denn? und leute das ist heute mein spiel meine mama sagt nämlich ich darf ähm wenn wenn Schule und Kindergarten auf ist darf ich wohl nicht zocken hat meine mama gesagt ok ja verstanden ok 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 ja schon wieder das hier hoch das ist langweilig ne ja aber trotzdem dann gehen wir wieder dann machen wir wieder ein rückwärtsseit hoch ja du meinst ein looping hui dann nochmal runter und gleich nochmal hoch und nochmal hoch hui und jetzt nochmal runter und dann kommt der looping so erstmal drehen aber richtig drehen und dann hier nochmal und jetzt noch ein rückwärts ich meinte ein looping so wir sinds hier angekommen ok leute bitte da an oh bitte in die mütze ach ist egal aber hier ist auch cool hui und leute hier waren wir auch noch nicht hier doch hier waren wir ne aber schonmal nicht ok wir waren hier nur einmal ja nur einmal ja komm schon schneller oh mein gott leute ah ich bin abgeschmissen jetzt beende ich das video nicht vergessen abonnent meinen kanal like das video und aktiviert die glocke jetzt nochmal tschüss Angelias tschüss und bye 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 bye